Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist ein Let's Play von meinem absoluten Lieblingsspiel im Moment. Wir spielen Rocket League. Die Andrea Lassi in meinem Team macht erstmal nichts. Hätte ich jetzt ein Turbo, ne? Trotzdem noch gekriegt. Was zählt ist der Ball. Das andere scheiß drauf. Andrea Lassi macht das 2 zu 0. Zwei ausgewachsene Profis. Machen wir mal so. Andrea Lassi ganz lockerlässig rein damit. Gedanklich war der Ball natürlich schon im gegnerischen Tor. Und da ist das 4 zu 0. Na, schubs mich doch nicht. Nicht nett. Der kommt gut. Leider. So, der Turbo ist alle. Verdammt. Meine Schuld. Sorry. Nehme ich so. Das ist Teamwork. Oh, schön. Schall. Fliegt daneben. Skatrox. Weiß nicht, was er tun soll. Scheiße. Muss ich ja neidvoll anerkennen. drin ist er. Das ist 3 zu 3. Ach, verdammt. Und da ist das 4 zu 4. Unfassbar. Wo ist mein Teamkollege? Schläft er? Oh, ist er drin. Jawohl. Sehr schön. Superspiel. Nachspieltor. 5 zu 4. 4. 477 Punkte. D Bis zum nächsten Mal.